Ein neuer Tag mit neuen Aufgaben und sogar einem Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, das seht ihr heute bei Born to Farm. Heute kümmern wir uns um den Weizen Junior Cup. Der hat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und wird veranstaltet von Agra Heute und von Klaas. In diesem Jahr als Saatgutzüchter mit dabei Syngenta. Und das Born to Farm Team übernimmt die Versuchsdurchführung. Wir haben hier zwei Schulklassen, die gegeneinander antreten. Was müssen die denn da genau machen? Es geht darum, einen Weizenbestand, bestehend aus drei Sorten, übers Jahr zu führen. Das heißt, Düngemaßnahmen zu planen, in Auftrag zu geben. Wir führen sie dann aus, Pflanzenschutzmaßnahmen. Und anschließend wird geschaut, wo der höhere Deckungsbeitrag ist und die Schulklasse hat dann gewonnen. Und wer sind die Teilnehmer in diesem Jahr? Wir haben einmal die höhere Landbauschule aus Rottal Münster, unten aus Bayern. Und die andere Schulklasse kommt aus Hannover-Allem, ist auch eine Landbauschule. Wie ist denn so dein bisheriger Eindruck? Ja, die jungen Menschen, die sind motiviert, sagen wir es mal so. Die lernen gerade Landwirtschaft, die lernen das jetzt gerade, worauf es hier ankommt. Das, was sie in der Schule lernen oder mit auf den Weg bekommen, können sie hier praktisch anwenden. Und da ist jetzt noch der Reiz dahinter, dass sie ja auch gegeneinander antreten. Und es liegt ja in der Natur des Menschen, dass man ja eigentlich immer der Beste sein möchte, oder? Recht hat er. Und bei den DRG Feldhagen wird selbstverständlich nur mit den Besten zusammengearbeitet. Hier kommt der Beweis. Und das waren wirklich nur ein paar der fleißigen Aussteller. Nun aber zurück zu unseren Hauptakteuren. In der nächsten Folge schauen wir uns das Gelände noch einmal genauer an. Hast du eine Zwischenbilanz für uns, Hendrik? Zwischenfazit ist durchweg positiv. Die Aussteller sind zufrieden, die Mitarbeiter sind zufrieden und wir sind arbeitsmäßig auch im Soll. Na, wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Es geht also spannend weiter bei Born to Farm. Arui derci. Bis dann im Manski. Ach und einen habe ich noch. Tschüssikowski.